Okay, es fängt an. Hallo, mein Name ist Patrick Kappeler, ich bin hier der Regisseur auf dem Set und wir machen heute etwas ganz, ganz Besonderes, nämlich die erste Virtual-Reality-Filmserie der Schweiz. Nicht mit irgendwem, sondern mit ganz vielen Kindern. Und hinter mir ist unsere Protagonistin. Kannst du mal winken? Genau. Und die kriegt jetzt da so einen Helm. Seht ihr das? Einen Helm, ich gehe da mal näher. Ja, das ist der Helm, der 360-Grad-Filmen wird. Und jetzt sind wir hier bei der letzten Szene, Spielplatz, nehmen wir wieder unsere bezaubernde Protagonistin mit dem 360-Grad-Helm. Wie ist es? Schwer. Dank dieses Helms und den vielen Kameras können dann später die Zuschauer wirklich in eine 360-Grad-Welt eintauchen und alles am eigenen Leibe erfahren. Beispielsweise, wie sich das anfühlt, wenn man gemobbt wird. Ups, und meine Crew fängt jetzt an, da wild am Rad zu drehen. Sag mal Hallo, hallo. Hey! Das ist der Film. So, und hier am Computer wird jetzt das 360-Grad-Bild zusammengefügt. Das ist genau die Szene, die wir vorhin auf dem Spielplatz gedreht haben, die Mobbing-Szene. Und wenn ihr neugierig seid, wie genau das dann aussieht, dann geht einfach auf die Webseite jugendmedien.ca und guckt euch das an. Viel Spaß damit!